Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Cybertor-01. Heute spiele ich erneut Minecraft Deathrun, weil es letztes mal so Spaß gemacht hat. Ja. Was ich erfahren habe ist, dass dort irgendwie so Leute an der Seite stehen und mich damit runter schmeißen kann. Irgendwie so, keine Ahnung. Deswegen, wir starten jetzt einfach ohne großen Schnickschnack und dann bis gleich. So, in der Runde angekommen, tun wir jetzt erstmal in die Links gehen. In Deathrun. So. Und ich habe herausgefunden, dass man alle 20 Kunden oder so so eine Feder hat. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Und, so. Wir sind drin. Wir starten gleich mal. Die, glaube ich, erkenne ich noch nicht. Ja, das heißt, sieht man die auch, die Transen. Also, drei, zwei, eins. So, so. Ah! Oh! Oh, Mann! Okay, und rund. Wow! Wir haben halt Glück, weil wir hier die Letzten sind, dass hier keiner mehr hinten wartet und es runterschmeißen wird. Hä, ja. Mann, ist es so traurig hier ganz weit hinten, weil man einfach gegen keinen mehr rennt. und trotzdem verkackt. Hä? Warum konnte ich, ich konnte nicht mehr schnell drücken, wenn ich zweimal draufgedrückt habe? Ah. So. Was ist denn hier hinten passiert? Äh, wir haben nicht mehr sehr lange Zeit. Wir werden es eh nicht mehr schaffen. Ach! Komm schon. Okay, wir dürfen das Wasser hier nicht berühren. Äh? Was? Ich hab das noch nicht berührt. Ach, Mann. Hä? Ich hab das nicht berührt. Wir sind tot. Ach, Mann. Okay. Mist. Bis gleich. So. Da sind wir jetzt noch drinnen. Wahrscheinlich wird gleich noch für Bildschirmaufnahme reinkommen in der Mitteilung. So. Werde ich aber nicht sehen. So. Bis gleich. Okay. Drinnen angekommen. Nee, das habe ich auch noch nie gespielt. Wir werden gucken, wie das aussieht so. Äh? Drei. Zwei. Eins. Oh. Und jetzt. Äh, äh. Ja, toll. Ich muss eigentlich, ich müsste eigentlich auch... Ach, Mann. Ich kann mit diesem Kackteil nicht umgehen. Okay, so. Okay, so. Ähm. Och, Mann. So. Ja, ähm, jetzt sind wir hier. Oh, oh, oh Gott. Es war... Einfach nicht springen, dann können wir es schaffen. Also... Mann, was sollte denn das jetzt schon wieder? Ah ja, okay, gut. Oh, ha, als ob wir es geschafft haben. Ja. Welcher Platz, wohnen wir? Ich wohnen wir in Elfter. Das ist echt traurig. Ach, Mann. Aber wir können jetzt aber dafür rumfliegen und uns das Map angucken. Game over. Oh, yeah. So. Ja, okay, nö. Es geht nicht noch eine Runde. Wir wollen einfach Elfter. Äh, Übersicht schließen. So. Äh? Witzlarm? Also, das war's mit dem Video. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ähm, vergesst auch nicht meinen Musikkanal abzuchecken, um Infokarte und Beschreibung. Ja, also, dann bis zum nächsten Video und ciao. Outro. Outro. Undro. Vielen Dank.